Hallo, es ist jetzt kurz nach 10 Uhr und wir holen jetzt alle Fango ab bei meinem Papa. Und danach holen wir die Phyllis ab und den Serjan und die Isila. Und treffen uns dann am Main mit der Katharina, also mit meiner Katharina. Und ja, ich freue mich und wir stehen uns mit. Hallo. Mama. Hier waren wir gerade frühstücken mit meinem Papa und seiner Freundin. Mama. Bis zum nächsten Mal. So, die beiden sind jetzt wieder gegangen, beziehungsweise die drei sind jetzt auf dem Heimweg und wir auch, wir sind schon gleich zu Hause. Und ja, das andere ist launisch, er bekommt Zähne und hat wieder leicht Fieber. Deswegen ja, werden wir jetzt erstmal alle ein Mittagsschläbchen machen, wir sind alle müde. Und danach mal schauen, was wir noch machen. Ich muss heute Abend nochmal an den Hauptbahnhof zu Anna von Mommys Diary, weil sie ihr Gepäck bei mir gelassen hat. Und da sie ja bei der Bahn arbeitet und heute Pause in 20 Uhr macht, bringe ich ihr das dann. Und zwar, aber ich nehme mich so aus, weil ich noch ein bisschen mit. Drücken? Nein. Willst du raus? Raus? Auch? Ja. Ja. Nein. Ja. Wir gehen das. Ja. Ja. Ich gehe sie zuerst, damit. Ja. Ich war eben beschäftigt mit dem Band von meiner Kamera, weil an der Kameramoment ist die falsche Seite. Da ist ja immer so ein Band dran, was man an den Seiten befestigt, damit man die um den Hals machen kann. Und da ist halt dieses Teil dran. Und dieses Teil wird an zwei Metallringen, die an der Kamera sind, befestigt. Und ja, dieses Teil ist, also das ist irgendwie kaputt gegangen. Und auf der anderen Seite ist es komplett weg, also hier ist gar kein Teil mehr davon. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt an der Kamera dran machen soll. Also so, dass ich das wieder drum machen kann. Ich glaube, ich muss mir ein neues kaufen. Ja, voll schade. Ich habe jetzt so ein dünnes. Das ist aber so, das kann ich nicht um den Hals machen, weil es nur auf einer Seite befestigt wird. Und das Teil, womit es befestigt wird, ist so ganz, ganz, ganz dünn. Und da habe ich echt immer Angst, dass es bald reißt. Deswegen habe ich keine Lust, dass meine Kamera runterfällt. Kika, die Kaninchen. Oh, 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 Mama. Ich war doch gar nicht dran schuld. Ja, auf jeden Fall muss ich mir ein neues Ding kaufen. Ich wollte eh ein längeres, weil das geht nur so um den Hals. Und ich wollte halt so, dass man es über die Schulter noch so hängen kann. Aber ja, mal gucken. Muss ich mir mal ein neues holen. Willst du das haben? Ja, das ist so, Mama. Willst du das Kissen haben? Decke. Das ist keine Decke, das ist ein Kissen. Wo gehst du hin? Hier hin. Hier soll das Kissen hin. Passt das hier besser hin? Sieht das besser aus? Ach, du willst hier hoch und dich hinlegen. Pass auf. Komm, Lenschen. Du brauchst das hier nicht. Komm mal, das machen wir hier hin wieder. Und du kannst jetzt hier hoch. Geht's ganz hoch? Nein. Nein. Oh nein, die böse. Übrigens war ich eben auf dem Kanal von Rosa Rockt. Rockt. Und ja, hat mir das Follow Me Around angeguckt, das sie auch von Frankfurt gemacht hat. Und jetzt wollte ich bei die Ferrandu bestellen. Und zwar für mein Schätzelein Burger. Und ja, für mich, keine Ahnung. Ich hab eigentlich was. Kurz nochmal vielleicht einen Salat oder so. Mal gucken. Gerade hat die jetzt ein neues bekommen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass mein Essen früher kommt. Da steht immer 45 Minuten. Aber meistens kommt's dann doch früher. Ich schläft schon seit einer Stunde. Und ich bin jetzt raus, denn es ist natürlich zu Hause. Und ich geh jetzt an den Bahnhof, um Anna in ihre Tasche zu bringen, die ich übrigens trage. Und ja, es ist immer noch ein bisschen warm. Ich brauche das jetzt ein bisschen abgefühlt. Und deswegen ist die Dienstag an den Zimmer. Ich werde jetzt Musik hören. Und... Moment, wir spielen das mal Musik. Ich bin jetzt wieder zu Hause, weil Anna hat mich noch auf einen Milchlecker eingeladen. Und ja, Schatzilein versucht jetzt hier die Xbox dazu zu bringen, dass wir nachher Avatar gucken können. Wir haben ja einen 3D-Fernseher und wollten es endlich mal ausprobieren, zu Hause 3D zu gucken. Also einen Film. Und ich finde Avatar ist so einer der wenigen Filme, wo dieser 3D-Effekt gut rauskommt. Gerade so mit dem Wald und alles. Und ja, jetzt versucht er ja hier gerade, das zu machen. Und ich bin voll fertig. Ich gehe jetzt gleich duschen, bevor wir den Film gucken. Und... Joa. Danach melde ich mich nochmal zum Verabschieden. Joa. 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 Joa.